In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Abschlussprüfung 2017 A3 gerechnet hätte. Vorsicht, ein Nachtermin im Einsatzweig. Angaben findet ihr wie immer hier. Wir haben hier das sogenannte radioaktive Isotop Cesium-137 und das zerfällt mit einer Halbwertszeit. Das heißt, von einer bestimmten Anfangsmasse ist nur noch die Hälfte vorhanden nach 30 Jahren. Das wird eben mit so einer Gleichung dargestellt, die haben sie euch schon gegeben, wobei Y0 eben für die Masse zu Beginn ist. X steht für die Anzahl der Jahre, also von 30, weil nach 30 ist ja nur noch die Hälfte da. Und weil es eben die Hälfte ist, sind es 0,5. Aber diesen Zusammenhang müsst ihr euch so jetzt nicht veranschaulichen. Es reicht von euch natürlich aus, wenn ihr die Gleichung so seht. Und bei der ersten Aufgabe soll man rausfinden, die Masse, die zu Beginn des Versuchs vorhanden war. Und wir haben als angegebene Größen die 6 Jahre X. Und die 39 Gramm für Y, das was noch übrig ist. Also 39, das was noch übrig ist, also nicht der Anfangswert. Und X die Anzahl der Jahre, nach denen es quasi gemessen worden ist. Und wir sollen jetzt Y0 rausfinden. Das heißt in dem Fall, dass ich hier durch 0,5 hoch 6 Dreißigstel dividieren muss. Nun, da würde jetzt jeder von euch sagen, wieso berechnet er das hier nicht? Na, das ist das Problem. Das gibt eine Zahl mit ganz vielen Komma 0 hinterm Komma. Das heißt, wenn ich hier auf zwei Stellen nach dem Komma runde, kommt 0 raus. Deswegen habe ich den Wert einfach komplett übernommen oder die Potenz komplett übernommen und als Bruch dargestellt. Und wenn ich das jetzt in den Taschenrechner eintippe, dann habe ich hier jetzt genauen Wert. Genauen Milligrammwert, nämlich 44,80 des Isotops. Ich hätte natürlich hier auch den Solver verwenden können und Y0 als unbekannte X verwenden können und nach X auflösen können. Das hätte der Taschenrechner auch hingekriegt. Aufpassen muss ich halt, dass meine Grundmenge ja r plus 0 ist. Das heißt, meine X-Elemente müssen größer sein als 0 oder gerade 0. Und deswegen darf ich keinen Startwert nehmen, der zum Beispiel größer ist als 30 oder keinen Startwert nehmen, der kleiner ist als 0. Cool. So, das war es für die erste Aufgabe. Ging ziemlich schnell bei der zweiten Aufgabe. Da haben wir jetzt eine andere Gleichung. Und wir sollen rausfinden, wie viel denn ja erstmals weniger als 8 Milligramm des Isotops nachweisbar ist. Das heißt, den Startwert oder das, was wir am Anfang haben, haben wir bereits. Jetzt ist die Frage, wann sind es 8 Milligramm oder eben weniger. Und das können wir jetzt hier wieder nach der Variablen X auflösen. Ich habe das jetzt mal nach und nach gemacht. Ich habe erst durch 13,5 dividiert. Und dann habe ich beide Seiten hoch 30 genommen. Weil wenn ich das hier hoch 30 nehme, dann bleibt ein X stehen. Weil wenn ich die komplette Potenz hoch 30 nehme, dann ist es ja so, als würde man die Exponenten multiplizieren. Und X Dreißigstel mal 30 geben genau X. Also muss ich beide Seiten hoch 30 nehmen, damit ich hier das Dreißigstel befreie. Jetzt das Ganze noch mit dem Logarithmus umformen. Das heißt, die Basis bleibt identisch, aber das hier wird meine, also das, was in den Logarithmus reinkommt. Und dann kann ich nach X auflösen und erhalte X gleich 22,65. Auch hier hätte ich an dieser Stelle wieder den Solver eintippen oder das Ganze in den Solver eintippen können. Dann wäre eben auch dieses Ergebnis rausgekommen. Die Interpretation, im wieviel 10 Jahr gibt es erstmals weniger als 8 Milligramm zum Nachweisen. Ja, das ist dann, und dementsprechend muss es in die Antwort noch rein, im 23. Jahr. Und die letzte Aufgabe, wieviel Prozent der ursprünglichen Masse sind nach 10 Jahren noch vorhanden? Nun, ich muss hier eigentlich nur ankreuzen, aber ich will das Ganze eben auch berechnen. Das heißt, X ist in dem Fall 10 und dementsprechend muss ich jetzt da 10 einsetzen. Also, hier mit 13,5 und hoch 10 Dreißigstel, das gibt 10,71. Und jetzt muss ich den Anteil berechnen an 13,5. Das heißt, 10,71 an Anteil 13,5 mal 100% ergibt einen Prozentsatz. Dummerweise ist der nicht gegeben. Das liegt daran, dass hier Rundungsfehler passiert sind, denn an dieser Stelle hier habe ich gerundet. Das heißt, ich habe das Ganze mal nochmal ungerundet reingeschrieben. Das heißt, statt hier das Ergebnis zu berechnen, einfach den Term dafür reingeschrieben in meine Prozentberechnung. Und dann erhalte ich genau die 79,37%. Wenn ich gewusst hätte, dass das ein Rundungsfehler ist, hätte ich es auch gleich so angeben können. Das war's von meiner Seite. Tschüss!